So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Anno 1800 und das müsste Folge 8 sein. Ähm, unsere Bilanz ist aktuell noch in Ordnung. Arbeitskleidung sollte jetzt wieder wachsen. Hoffe ich doch. Marktplatz, Moment, was ist denn meine Weberei? 100%, 100%, 100%. Machen wir noch eine Weberei. Okay, wenn die gerade voll ausgelastet sind, machen wir es so. Hier ist richtig Stau gerade. So, Lagerhallen verbessern wir mal. Bretter haben wir genug. So, Bewohner sind eigentlich zufrieden. Schule, jetzt gucken wir mal. Grundbedürfnis, äh, Fisch wird bald mehr gebraucht. Dann... Mehr Fisch. Spielstand gespeichert. Ah, wobei, komm. Einer geht noch. Ein Fisch soll's nicht mangeln. Schnaps. Schnaps, 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 da gucken wir mal. Kartoffeln haben wir mal. Kartoffeln haben wir mehr als genug. Das heißt, Schiff vom Stapel gelaufen. Kartoffeln. Brauerei. Moment, wenn hier unten so viel brennbare Sachen sind. Also ich denke, eine Feuerwehr, äh, Feuerwehr wäre nicht verkehrt. Gut, dann mehr Schnaps. Wo machen wir das hin? Gleich hier daneben. Ach komm. Noch eine. Fehlende Ware, Weiverei. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wurst. Wurst fehlt, dafür brauchen wir Schweine. Schweine haben wir hier ein paar. Ich muss ernsthaft noch ein bisschen Produktion hier aufmachen. Das Ding erhöhen wir mal auch. Dann gehen wir mal hier runter. Schweine, 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 die waren doch hier. Hier. Die hatten die kleinen Kästchen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. 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 So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann machen wir aber hier mal noch eine Handelskammer hin, genau. So, wo waren jetzt meine Schweine schon wieder hier? eine Metzgerei. Eine Metzgerei. Eins, zwei. Und ein Lagerhaus. So. Äh, Feuerwehr. Ja. Hm. Nicht ideal. Wollen wir die mit hier hinten hinbringen? So, Bevölkerung passt von der Reichweite. Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Nein, ist sie nicht. Sie verhören mich. Okay, die kriegen alle langsam schlechte Laune, dass... Oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Ich alles für mich behalten möchte. Spielstand gespeichert. Handeln. Ähm. Gut. Ähm. Wir fahren schon. Mein Magen krampft wieder. Vor den Nasen gesetzt. So. Bruder übernehmen. So. Hier. Hier. Kommt. Ei, ei. Tor. Bauen. Warum geht es gerade nicht? 20 Einfluss. Flaggschiff steht zu Diensten. Wir haben Bretter. Wir haben Stahl. Oh, wir hatten zu wenig Geld. oh gott heilige scheiße um all diese misthaufen hätte ich einen weiten bogen gemacht uns geht das geld aus manchmal muss man einfach an anderen leuten eine lanze brechen okay alles besiedelt wie sieht es jetzt aus kommt jetzt alles einigermaßen wieder rein fleischereien wo seid ihr metzgerei metzgerei aus bauen aufstieg nicht möglich warum nicht 93 92 94 ok wird besser wird besser wird besser bier fehlt immer noch schnapps frauerei 100 prozent bäckerei malz frauerei gut 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 dann noch ein wirtshaus so nein ich will nur eine kleine straße machen ziegelsteine haben wir ja ein paar müssen wir also nicht zwangsläufig sparen was kostet mich so eine straße wobei wir haben nicht so viel geld so gut keine ziegelsteine mehr das war unser neues schiff wir brauchen geld wir brauchen wir noch ein paar aufsteigen lassen polizeiwache wie groß ist die denn haben die bedürfnis für polizeiwache nö sie haben ein neues zwischenziel erreicht so gut dann aufstieg der kaiserliche hof der kaiserliche hof wird von ihrem fleiß und ehrgeiz erfahren gerüstet über unentdeckte gebiete macht hier runter in den wellen gestorben in den wellen geboren in den wellen gestorben gefechtskunde wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ok entdeckungsreise schiff zu weisen ein feuer ist ausgebrochen ach mann die steife brise natürlich unser flaggschiff und was nehmen wir mit ration jagdglück ähm ration eingepackt wahrscheinlich kein ähm was soll das bedeuten mit jagdglück wir nehmen ein paar bretter mit und stahl kann ich noch mehr fisch mitnehmen da 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 so expedition starten flammen wurden gelöscht ok super flammen wurden gelöscht wo fährt jetzt mein schiff hin roten diplomatie steigen brise entdeckungsreise so so fährt auf der rote hier ist nichts weiter hier war ich dabei noch Sachen aufsteigen zu lassen war das richtig ja ich glaube so handwerker fenster produktionskette quatsch quatsgrube glashütte zinn 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 w wenn du sie nicht brauchst ich siedle da gern ähm nein Quarzgrube, warum ans Wasser? Quarzsand, na gut. Holzfellerhütte, Holz hätten wir eigentlich immer, Glashütte. Wenn ich das drehe, passt das hier zufällig noch rein? Nein. Ja, nein. Komm, setz mal hier hin. Dann machen wir einen Weg mal hier hinten irgendwo lang. So. Und... Gehen auf Fenster. Oh, es fehlt an... An, an, was fehlt es denn? An Ziegelsteinen. Na toll. Zu niedriger Arbeit. Was zum... Okay, ja, okay. Ich bräuchte ein zweites Paar Hände. Mach erstmal hier Pause. Ich sollte nicht nach Gründen fragen. Schiffe. Expedition zugewiesen. Roten Diplomatie. Weltkarte. Die alte Welt, die neue Welt. Entdeckungsreise. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Okay. Unterfrischt die. Nein. Wenn die Erkundung noch läuft, dann läuft sie halt. So, Gebäude bauen. Aber erstmal pausieren. Wenn ich jetzt hier jemanden aufsteigen lassen möchte, brauche ich Ziegel. Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Gut, dann kann ich hier weitermachen. 90. Komm, dann bitte das nächste Haus aufsteigen lassen. Machen wir hier erst mal weiter. Konto bauen. Das ist kein Glück. Ich habe es euch einfach verbroten. Dass ihr auch Inseln euch holt. So, dann... Drei Häuser. Ein Marktplatz. Und erstmal wieder Straße drumrum. Umstand gespeichert. Zack. Zack. Brauchen wir wieder ein paar Holzfäller. Einer da. Und einer. Oh Gott. Wir haben nicht genug Holz. Zack. Straße. Straße. Lagerhaus. Sei nicht überrascht, wenn der alte Willi es dir gleich tut. Sägewerk. Ähm, so. Dann hätten wir schon mal die Bretter. Sichern wir uns gleich mal noch ein bisschen Fisch. Feuerwehr machen wir dann keine Ahnung wohin. Vielleicht hier in der Nähe. Da können wir dann hier noch mal Kartoffeln und alles mögliche machen. Ein Bauernhaus. So, wie war das jetzt? Expedition. Ich habe da irgendwo eine Nachricht bekommen. Ach, die Weltpflege hat einen Handel. Spiel gespeichert. Feuer. Spiel gespeichert. Hat den Handel mit Nickelbee abgeschlossen. Feuer gelöscht. Es ist kein Regen, solange der Kopf nicht davon blutet. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Okay, Zeitung schon wieder. Oh, ähm. Erstmal Ende für diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Tschüss.